Musik Hallo und moin moin meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa. Heute haben wir mal einen Gastwirt, einen Comicschreiber, einen Schauspieler, einen Galeriebesitzer und was alles ist, aber das werden wir gleich noch erfahren, eingeladen haben. Wenn Sie Kieler sind, kennen Sie ihn garantiert, denn bei ihm waren Sie auch schon mal. Da gehe ich mal von aus. Und er hat sich jetzt ein bisschen Zeit genommen, das sage ich jedes Mal. Meine Gäste sind immer zeitlich so eingeengt, dass ich das immer wieder sagen würde und froh und glücklich darüber bin, dass sie sich die Zeit nehmen, einfach mal hier vorbeizuschauen, um einfach mal so ein bisschen, lass mal schneiden. Holger Henze heute. Holger. Moin. Moin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Die Zeit hast du dir, wie ich eben schon gesagt habe, genommen. Das ist natürlich so ein bisschen eng auch alles, oder? Ja, oh Gott, man hat ja jeden Tag viel zu tun, immer noch mit so einem. Kommen wir ja gleich noch drauf. Genau. 13. März 1944, mitten im Krieg geboren, bist du unglücklich, ne? Meine Großmutter sagte, als ich geboren wurde, zitterte die Erde, aber nicht meinetwegen, sondern ich bin mitten in einem Bombenangriff geboren worden, in einem Bunker. Ja. Das ist natürlich nicht schön. Ja, ja, oh Gott, man hat es überstanden. Ja, Gott haben wir alle, haben wir alle, ne? Nach deiner Schulzeit hast du Kunst studiert. Naja, wir waren in Berlin, das waren ja wilde Zeiten, so die 60er Jahre, Berlin, kann man sich ja vorstellen, ne? Da war ich auch noch zwischendurch Straßenmaler, auf dem Kudamm, genau gegenüber von Kranzler und Mauerbau, diese ganzen Geschichten. Das war schon eine unglaubliche Zeit, ja. Dann bist du aber 67 zurückgekommen und hast hier eine Gesellschaft oder ein Infozentrum gegründet. Naja, das war eine andere Entwicklung. Das waren Künstler der Mothese-Schule, die haben den Club gegründet. Das hieß damals und heute auch noch Informationszentrum junger Künstler e.V. Und zwar deshalb, weil es in Schleswig-Holstein keine Galerie für Gegenwartskunst gab. Das heißt, diese Künstler, die alle moderne Kunst gemacht hatten, hatten keine Möglichkeit auszustellen und haben deshalb Galerie Club 68 gegründet. Informationszentrum junger Künstler e.V., langer Name. So, und das haben dann zwei Brüder gemacht, ein Winfried Hamer, ein Uwe Hamer, so, eine Zeit lang. Und die hatten auch keinen Bock mehr, das zu machen. Und dann habe ich den Laden 68 übernommen. Also Ende 68. Und seitdem mache ich den Club. Gut, deswegen heißt er auch Club 68. Ne, das ist die Nummer der Ringstraße. Achso, aber das passt dann. Das verwechselt, passt zu der Zeit, natürlich. Passt alles wunderbar. Ringstraße 68, ganz genau. Hattest du schon jemals vor, Gastwirt zu werden? Eigentlich nie. Also das hat sich ergeben, weil ich mir überlegt hatte, Kunst interessiert mich, Film interessiert mich. Und da war ich damals der Meinung, ich könnte mit einer Galerie, einem gastronomischen Betrieb, die Galerie finanzieren und könnte auch noch Filme machen. Was natürlich nachher äußerst schwierig wurde. Ja, das glaube ich dir gerne, ja. Im Hinterhof, einige Garagen oder habe ich da verkehrt gelesen? Ne, ist richtig. Ja, ja, da sind diese Schraubergeschichten ja entstanden. Ja, ja, genau. Und unter anderem hat Brösel da auch so eine Schraubersache? Der hatte auch eine Garage, ja. Hatte? Nicht mehr? Heute nicht mehr. Heute nicht mehr? Nein, nein, aber damals hatte er noch lange Zeit, bis Ende der 80er. Was hat er da gemeint? Er fuhr in den Horex mit Beiwagen und der alte Horex hat er noch zusätzlich und hat an der Horex rumgeschraubt. Und nebenan hatte ich eine Garage, hatte ich einen Porsche und auch am Porsche rumgeschraubt. Ach so. Und dadurch, natürlich hatten wir vorher schon die Comics gemacht, wir kannten uns ja schon länger. Keine Porsche. Ja, ja, genau. Ich dachte, 1979 oder sowas, habt ihr das, glaube ich, kennengelernt? Ja, auch schon vorher. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen näher oder so. Ja, er war einer der, wenn man so will, von den vielen Künstlern im Club. Und irgendjemand hat mir immer gesagt, der zeichnet hervorragende Comics. Und dann habe ich gesagt, Mensch, zeig mal her. Und das dauerte ewig, er mit irgendwelchen Comics rüberkam. Und die waren wirklich fantastisch. Also ich bin fast voll lachend. Im Club sind ja so Leitern, wo man sitzt, teilweise von der Leiter gefallen. Und dann habe ich mir überlegt, was ich machen könnte mit ihm. Und ich kannte einen Redakteur von der Pardon. Das war damals die größte deutsche Satirezeitschrift. Und die waren total begeistert. Und dann haben wir jahrelang Comics gemacht. Ich habe die Themen teilweise gemacht, teilweise die Redakteure mit. Und Texte. Und Brösel hat gezeichnet. Und daraus entstand ja die ganze Geschichte letztendlich. Und nebenbei haben wir dann auf dem Hinterhof geschraubt. Aber dieses Satiremagazin hieß Pardon, nicht? Pardon, ja. Was war das für ein bisschen? Das kenne ich gar nicht. War damals das größte deutsche Satiremagazin. Ach so. Ja, ja. Da gab es noch parallel später die Titanic. Ja. Aber die hatten auch eine sehr hohe Auflage die ganze Zeit. Und es wurde dann eingestellt, ich glaube, Ende der 90er. Und dann hat es nochmal einen Versuch gegeben in Hamburg, also die Pardon neu zu gründen. Und ich glaube, es gibt sie irgendwo noch in Leipzig. Da gibt es so einen kleinen Verlag, der das noch macht. Und da hast du auch viel geschrieben, ne? Ja, natürlich. Wir haben die Texte, ne? Ach so, ja. Politische Themen. Aha. Das war ja damals auch die Anti-Strauß-Zeit und so weiter. Da hat man natürlich gute Themen gehabt, ne? Dann hatte der Feldmann irgendwann Nachkriegsgewarze. Was hat er damit gemeint? Ja, da meinte er seine Maschine mit, ne? Ach so. Ja, ja, das war ja. Man musste ja viel schrauben, diese Horx-Motoren, Langhuber, schwer zu beherrschende Motoren. Da hat er permanent dran rumgearbeitet, ne? Und das hat ihn wohl auch manchmal genervt. Und dann kamen solche Sprüche, ne? Das ist klar. Es sind ja eine Menge Sprüche entstanden in der Zeit. Das ist doch schön. Ja, ja. Das ist doch klasse, ja. Dann habt ihr beide euch ja angefreundet. Und das hat sich dann so entwickelt, ihr habt irgendwann mal einen Vertrag gemacht auf dem Bierdeckel oder auf sowas. Oder auf dem Kneipenzettel. Ja, das entstand, also durch die Schrauberei eigentlich. Ach so, durch die Schrauberei. Ich war am Porsche am Rumschrauben mit Walter, einem Freund, der hat dann manchmal mitgeholfen, aber keine Ahnung von Autos gehabt. Und Röttger daneben war da am Rumklempnen. Ja. Und kam dann auf die Idee, dass er meinte, also dein Porsche lädere dich einfach ab. Ich baue vier Horax-Motoren hintereinander. Oh Gott. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dass er das niemals schafft. Und das hat in ihm so einen Ehrgeiz entfacht, dass er tatsächlich vier Motoren hintereinander gebaut hat. Und daraus entstand die erste Comic-Geschichte. Das war ja in Werner Eiskalt. Das ist ja später auch noch verfilmt worden. Jetzt, 2007 war ja die Premiere. Und ja, daraus entstand letztlich und endlich die ganze Rennengeschichte. Und dann habt ihr auch einen Vertrag gemacht, oder wie seid ihr denn da dafür gekommen? Ja, auf dem Bierdeckel haben wir einen Vertrag gemacht, dass wir gegeneinander antreten. Und das war eine Zeit, wo es natürlich sehr schwer war damals. Also überhaupt, wir wollten ja eigentlich ein Teilstück der neuen Autobahn haben. Und das war ganz schwer, das hinzubekommen damals. Auch der damalige Ministerpräsident, wir wissen, der in der Badewanne. Ja, Warschel. Warschel, der hatte sich sogar noch dafür eingesetzt. Aber das hat nicht geklappt. Und dann kam es zu dem Flugplatz Hattenholm. Ja, das war ja eine Riesensache, ne? Naja, damit hat natürlich keiner gerechnet. Erstmal der Comic war ja, in dem Buch Werner Eiskalt hat ja schon einen Riesenerfolg gehabt vorher. Und daraus entstand wahrscheinlich auch dieser Hype, der da entstanden ist, später. Ja, sehr gut. Und dann, ja, das war schon irre irgendwie. Die mussten ja die Zäune klappen, weil die Leute gar nicht mehr durchgelassen werden konnten. Und der Hilftunnel war dicht, der Autobahn war dicht. Ja, ja, ja. Das war schon irre. Ja, ja. Und zwei verschiedene Fahrzeuge jetzt. Einmal vier Räder und einmal zwei Räder. Du hattest ja den Porsche, oder hast ihn ja immer noch. Ja. Wie alt ist er denn? Der Porsche ist Baujahr 68. 68? Ja, passt natürlich. 50 Jahre. Ja, ja, langsam. Und immer, fährst du da auch mit, oder? Ja, natürlich. Oder immer wieder über den TÜV? Ja, sicher. Das ist top. Top tatsächlich? Ja. Aber dazu gehört natürlich eine Rennmaschine noch. Ja, ja. Die ich selbst dann also teilweise gebaut habe und eingerichtet habe und so weiter. Und das hat natürlich dazu geführt, dass er viermal verloren hat. Ja. Und er hat eine Horrex, aber wie gesagt, die hat er ja mit vier Motoren dann auch. Ja, das... Darf er da dann auch sonst mit fahren? Nein, 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 die ist nicht straßentauglich. Die ist nicht? Achso, okay. Und das Problem ist bei einem solchen Rennen natürlich, also er muss erstmal diese vier Motoren synchron bekommen. Ja. Und wenn ein Motor nur nicht richtig zündet, bremst er die anderen. Ja, ja. Dazu kommt noch, dass er ein viel zu schmalles, ich sag mal so, ganz einfach Hinterrad hat. Bei Rennmaschinen dieser Größenordnung, die haben sehr breite Hinterräder. Ja. Und er kann mit dieser Maschine meiner Meinung nach die Kraft gar nicht auf die Straße bringen. Achso. Das wird immer ein Problem sein. Und beim nächsten Rennen wird er das gleiche Problem haben. Ja gut, da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, eben. Holger, wie viele Zuschauer waren da? Kann man das in etwa sagen? 250.000 bis 300.000. 250.000? Ja, ja. Aber das ging ja über mehrere Tage. Da wurde ja ein Festival raus. Ja, ja. Eine ganze Woche. Das war ein Festival. Ganz immer ein Festival. Große Gruppen haben da gespielt. Iggy Pop. Also solche Leute hier. Ach was? Ja, ja. Und wer hat das... Back hat da gespielt. Back auch, ja. Vielleicht spielen sie nächstes Jahr wieder. So kann ja sein. Back zumindest. Iggy Pop kann glaube ich nicht mehr. Achso. Wer hat das Ganze organisiert denn? Ach, das waren Organisatoren teilweise aus Düsseldorf. Aha. Großveranstalter, die das übernommen haben. und Leute aus dem damaligen Semmelverlag. Ja. Ja. Okay. Die das mit organisiert haben. Ja. Aber ihr habt ja diese Wette auch so abgeschlossen, dass ihr gesagt habt, es gibt einen Verlierer. Ja. Und der Verlierer hat ja auch irgendwie eine Aufgabe gekriegt, ne? Ja, ja, Gott. Er sollte eigentlich mit Katzenscheiße beschmissen werden. Von dir jetzt, oder? Ja, nun. Aber das war natürlich im Comic. Ja, ja, ja. In der Realität kann man sowas nicht machen. Nein. Das war dann zum Schluss Torf. Ja. Eine Spurgelmaschine in acht Meter Höhe mit Torf. Da mussten wir uns, er sich dann draufstellen. Ich habe mich noch vor ihn gestellt. Achso. Jetzt kommt 1997, da hast du auch ein Buch geschrieben. Auch ein Comicbuch. Ja, aber das ging darum, also Räum das Feldmann hieß es. Das ist ein Comic und davon haben wir noch ein Ventilspiel entwickelt. Und das war einfach nur so diese Gegnerschaft, um die als Comic nochmal zu verarbeiten. Mit dem Hamburger Zeichner haben wir das gemacht. Hatten wir auch zur Buchmesse, also war auch schon ganz witzig. Auch. Das Buch gibt es glaube ich heute noch im Internet zu kaufen. Auch was, ja. Dann kam aber 2004 nochmal dazwischen. Da war dann das Rennen nicht ganz so hoch angesiedelt, ne? Naja, da war das Problem. Wo war das denn? Das war ein Lausitzring. Achso. Das war der Lausitzring. Ja, ja. Da hatten wir auch große Anstalter aus Hamburg. Ja. Und da ging es auch um diese Dolmette. Das ist ein Motorrad, das hat er mit seinem Bruder gebaut. Mit 24 Kettensägenmotoren. Und gegen die deutsche DTM-Meisterin hat Andy natürlich sofort verloren. Ja. Weil das ist auch ein Problem, solche Motoren synchron zu bekommen. Ja. Ja, sorry. Das war auch eine enorme Bastel. Aber die Maschine wird ja heute nur ausgestellt. Dolmette. Das Dolmette ist ja ein Kettensägenhersteller. Ja. Ja, ja. Achso. Aber ja, das war nicht so ein gutes Spektakel, nicht, oder? Ja, da waren auch, also jeden Tag, das ging ja auch über vier Tage, jeden Tag 30.000, mindestens 30.000 Leute. Ja, ja. Gut. Da gab es ganz witzige Geschichten. Ich werde nicht vergessen, standen wir so am Tor, plötzlich kommt eine riesige Motorradkolonne, da kam irgend so ein Prisi mit Rockern, da hat er dann für 500 Rocker die Karten bezahlt, auf einmal, und die rauschen dann alle durch. Ach Gott. Also, war auch toll, also wir haben große Gruppen gespielt, das war ein tolles Festival, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und da hat er dreimal verloren. Dreimal verloren? Ja, jetzt hat er insgesamt viermal verloren. Ja, jetzt hat er natürlich so ein bisschen, jetzt, hier wollen wir mal gucken, was nächste Zeit läuft. Ja, der Geist ist da. Aber wir wissen ja auch, woran das Lied, vielleicht hat er das Schalten ja mittlerweile gelernt, ne? Ich habe ihm ja empfohlen, automatische Schaltungen einzubauen. Ja. Vielleicht sind die Liedengesteuert. Das ist ja auch nicht schlecht. Damit dann alles ein bisschen schneller geht, ne? Ja, genau. Ja, ja, 2004 gab es die neue Flagge, achte, die hatten ja schon. Wann ist das nächste denn geplant? Das ist jetzt 2018, 30. und 31. August, 1. und 2. September, vier Tage. Vier Tage? Ja, vier Tage Festival, ja. Und wo denn wieder? Hartenholm. In Hartenholm? Ja, Back to the Roots. Oh, das ist gut. Musste. Das ist gut, das muss sein. Schleswig-Holstein, finde ich, das gehört auch nach Schleswig-Holstein. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu, ja. Was meinst, hat dein Porsche denn genug Power, dass du ihn wieder schlagen kannst? Oder wenn er jetzt dieses Schaltgetriebe von dir kriegt, ist er für dich dann nicht ganz so günstig, oder? Wenn ich es hinbekomme, als Rennmaschine, 600 PS-Maschine, dann hat er überhaupt keine Chance. Hat er keine. Vielleicht die ersten 10 Meter gönne ich ihm auch. Du hast ja vor, von nach dem Fehlstart, oder so. Bitte? Nach dem Fehlstart. Ja, das wäre dann, das wäre natürlich, aber man hat natürlich den Ehrgeiz zu gewinnen, ist ja klar. Auch wenn es Spaß ist, ist ja logisch. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Geht ja auch um Spaß und so, ne? Aber jeder, der da an seinen Sachen rumschraubt, will natürlich auch gewinnen, ist ja klar. Ja, das ist ganz klar. Da war da noch so ein Spruch, Kontinentalverschiebung. Kannst du da mal was zu sagen? Naja, weil er sich so aufgeblasen hat, wie schnell er ist und da habe ich, und da hat er ja, meine alte Warze, hat er gesagt, da habe ich gesagt, er ist langsamer als die Kontinentalverschiebung. Wenn man die Verhältnismäßigkeit einbricht. Ja, ja, ja. Und wie 10 Zentimeter im Jahr, ne? Das werden wir mal sehen. Ja, genau. Na gut, werden wir ja sehen. Ja, ja, genau. Aber der Termin, wie gesagt, der steht fest, ne? Ach, das ist ja gerade eben. Ja, der Termin steht fest. Ja, der steht gerade eben gesagt. Ja. Und wie ist das eigentlich, wird das abgesperrt wegen, kostet alles Eintritt, sagst du ehrlich, ne? Ja, sicher. Vier Tage, 150 Euro, soweit ich weiß. Ach so, okay. Die Gruppen, das wird noch bekannt gegeben, wer da spielt, scheint große Gruppen interessiert zu sein. Ja. Roger Chapman schafft das, glaube ich, nicht mehr. Der hat ja auch im ersten Festival auch gespielt. Ja. Aber der schafft das wohl nicht mehr. Aber es werden große Gruppen spielen. Ja, werden auch große Gruppen spielen. Und es wird ein riesen Rahmenprogramm geben. Auch noch. Also für Schrauber aus ganz Deutschland, oder ganz Europa. Die können dann kommen und können dann ihre Kisten vorführen. Ja. Beim ersten Rennen und zweiten im Lausring war es ja auch so, dass die winzigsten Motorräder und das irre Fahrzeug, die die Leute da gebaut haben. Ach was. Wahnsinnige Dinger, die da liefen. Aber die fahren keine Ränder, ne? Die zeigen... Nee, die kacheln los in die Gegend, dann die Rennstrecke runter, ne? Und zeigen, dass die Dinger überhaupt fahren. Ach so, ja. Aber nicht so ein Event. Ja, da wird sicherlich Fans und Autorbeiser angeben. Ja, sicher. Das wird ja alles laufen. Das ist so ein Spektakel-Hotel, ne? Genau, ja. Das wird alles noch laufen, ne? Ja, schön. Auch Vorbereitungen laufen bei euch beiden schon so ein bisschen? Dealer, natürlich, klar. Aber so lange Hände, aber trotzdem. Ja, Röttger Brösel zittert schon, ne? Ja, das glaube ich gerne, ja. Vielleicht nicht vor Erwartung, naja, wer weiß. Wer weiß, ne? Aber du bist doch sicher, dir kann ja nichts passieren. Ja, relativ sicher, ja. Relativ sicher. Das ist ja die Hauptsache. Wie man nur relativ sicher sein kann, vielleicht. Okay. Wir haben ja noch ein anderes Thema jetzt, und zwar Meteorit. Ach Gott, ja. Meteorit. Ja, ich restauriere einen Bauernhof, der unter dem Denkmalschutz steht. In Friedrich Ruhrweg. Ach so. Der Hof heißt Drei Kronen. Es waren mal drei Höfe. Ja. Drei Kronen, davon gibt es nur noch den Hof. Also, und das Verrückte ist, da ist Anfang der 60er Jahre ein Meteorit eingeschlagen. Oh. Das war so ein Trump. Ja. Da ist also durchs Dach in die Diele geknallt. Ja, 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 ja. Das einzige Haus, glaube ich, in Europa, das von einem Meteoriten getroffen wird. Tatsächlich. Ja. Und Anni Eschmatt, die Bäuerin sagte mir immer früher, sie sagte, Mensch, wieso halten Sie in der Diele die Blumen so lange? Da habe ich gesagt, das ist doch kein Wunder, der Meteorit ist da reingedert. Er hat drei Milliarden Jahre gebraucht, hat Sternenstaub mitgebracht. Ja. Also, deshalb bist du auch schon so alt geworden, da bist du ja gesagt. Der strahlte Kraft da aus. Ja, genau. Und Lebensdauer, da hast du ja auch was von gehabt. Oha, ja, wer weiß. Muss ich dir eigentlich sagen, was? Ja, 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 ja. Das ist schon eine Ehre. Und der Meteorit ist dann zerteilt worden. Die Hälfte liegt hier im Geologischen Museum in Kiel. Aha. Und alle möglichen Institute weltweit haben Teile abbekommen, weil er wohl ein wichtiger Meteorit war. Ja. Und Erkenntnisse über die Entstehung des Weltalls und so weiter transportiert haben. Oh, da wurde dann geteilt? Ja, natürlich, genau. Hier vom Geologischen Museum Kiel ging da überall hin. Alle möglichen Institute in Amerika und so weiter. Hast du gestiftet oder? Nee, ich nicht. Das war ja die Bäuerin. Das war die Bäuerin. Ja, ja. Die haben das gestiftet, den Meteoriten. Ja, ja. Und das ist einfach eine ungewöhnliche Geschichte darauf. Er hat diese Gesellschaft für Meteoritenforschung ein dickes Schild noch vor den Hof gestellt. Da kann man dann den Meteoriten sehen und Beschreibung, was da passiert ist und so weiter. Ja, verrückt. Es gibt irre Geschichten. Ja, ja. Aber nichts passiert, ne? Nee, Gott sei Dank. Niemand erschlagen worden, gar nichts. Ja, aber Dach kaputt. Ja, Dach, das wurde dann ersetzt. Ja. Hat jemand als Sammlerstück, gibt es immer noch als Sammlerstück. Ja, hast du, ja. Es war ja ein Blechdach und da war das riesige Loch da drin. Haben die das ausgebaut, neues Blech rein, aber das Sammlerstück gibt es noch. Gibt da eigentlich. Also mit dem Durchschlag, ja, ja. Okay. Also wir freuen uns auf das Rennen im nächsten Jahr. Ja, ja. Oha. Das alle machen. Und wollen wir sehen, wie das heute wieder so erfolgreich wird. Ist ja auch immer so ein bisschen wetterabhängig, ne? Ja, aber vermutlich ist es ja Anfang September. Immer gut. Ja, meistens gutes Wetter, stabiles. Ja, das stimmt. Und selbst wenn es regnet, dann muss man immer sehen, ne? Das wird ja auch gehen, also warum nicht? Das ist ja in Wacken auch so. Wacken, er trinkt ja manchmal im Wasser. Ja. Und trotzdem sind da hunderttausend Leute. Ja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir die lieber mit Wasser als mit Sonne, ne? Ja, ja. Weil die da durchlatschen mit ihren Gummischiefeln, das ist ja unglaublich, ne? Ich war mal da, da wälzten sie sich alle im Schlamm. Im Schlamm, ja. Ja, und fanden das toll. Ich weiß, wir kennen die Zelte gar nicht aufgebaut. Die wohnen ja mich immer wieder. Ja, eher, ne? Und so ein paar Tage, wo schlafen die, und das ist ja keine Krankheitssache auswertet. Nichts, alles ganz robust. Ja, verstehe. Die haben ja riesige Zeltplätze da, ne? Ja, ja, ja. Inzwischen gibt es sogar Holzhütten, wo die Leute wieder nachten können. Ja, ja. Das werden wir wohl auch machen. Ja. Also zum Rennen, ne? Hatten heulen. Na gut, wenn es regnet Alkohol, macht ja auch ein bisschen was aus. Ja, das macht auch was aus, ne? Ja, das heizt ja von innen. Genau, genau so ist das. Ja, Roger, du hast ja eine ganze Menge erzählt. Ja, ja, ach Gott. Darüber, das ist gut so. Spaß muss sein, ne? Gibt, ja. Gibt das irgendwas ganz Besonderes in deinem Leben? Ich meine, du hast ja eine ganze Menge erlebt, wo du sagen kannst, also das war eigentlich das, woran ich gerne dran zurückdenke. Schwer zu sagen. Also so auf die Schnelle. Ja. Gibt so viele Dinge, die man erlebt hat. Ja. Müsste man erstmal alles rekapitulieren. Ja, irgendwas, was dir gerade so, was dir gerade so einfällt. Moment, nichts mehr. Oder kann ich Größenordnung machen. Größenordnung? Wohinbar nicht. Nee. Irgendwas. Irgendeines rausgreifen. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ja, schwer zu sagen. Gab Höhepunkte und Tiefen, ne? Ja. Wie in jedem Leben, ne? Ganz genau. Da kann ich ja im Grunde genommen, könnte ich ganz schwer sagen, was ein absoluter Höhepunkt wäre oder absoluter Tiefpunkt. Ja. Aber Berlin war sicherlich nur auch ... Ja, eine verrückte Zeit, sicher. Berlin war ... Also ich bin ja auch immer oft in Berlin gewesen, nach wie vor. Wäre auch fast in Berlin geblieben, hätte ich den Club nicht gehabt, ne? Ach so. Da hätte ich in Berlin ... Ich habe da mit Filmemachern zusammengearbeitet und so. Und ja, das war damals haarscharf. Ja, ja. Da wäre ich fast in Berlin geblieben. Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Nö, aber es war hier auch gut. Ja, gut. Wie lange hast du die Kneipe? Du hast ja 50 Jahre. Jetzt im Herbst. Das ist unglaublich. Fast 50 Jahre. Im Herbst haben wir 50 Jahre Club. Mein lieber Mann, doch. Halbes Jahrhundert. Halbes Jahrhundert. Glaubt man selber nicht, ne? Ne, ne. Und immer noch glücklich. Ach, glücklich. Ja, Gott. Viel Arbeit, ne? Das gehört ja dazu. Ja, sicher nicht. Aber froh? Ja, sicher. Klar. Aber du hast doch dann nicht den ganzen Tag auf? Früher hatten die Kneipen ja den ganzen Tag auf. Ne, ne. Wir haben ja nur abends auf. Ja. Also ab 18 Uhr. Ab 18 Uhr? Bis morgens um drei, halb vier so. Bleiben die so lange? Ja, früher hatten wir bis morgens um neun auf. Oh Gott, ja. Das war noch in den 70ern. Ja, das lange her. Das war aber eine andere Zeit, ne? Ja, ja, genau. Dann gingen sie gleich zur Arbeit, ne? Ja, dann hat die Politik die Gaststättengesetze geändert und so weiter. Und dann, ja Gott, also das war, ne? Verrückte Zeit, ne? Ja, das war eine verrückte Zeit. Kann man so sagen, ja. Gut. Prima. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Ja, ging ja fix, ne? Ja. Wir haben ja alles durch, ne? Ja. Ja, Ratzatz. Oder hast du noch irgendwas? Nö, nichts Besonderes. Was loswerden möchtest? Oh Gott, ja. Müsste man noch länger nachdenken, ne? Ja, an der Woche. Die Zeit habt ihr ja auch nicht. Doch, wir haben ja Zeit. Ja gut, okay. Aber jetzt haben wir nichts. Wir haben alles soweit durch, ne? Ja, im Wesentlichen denke ich auch, ja. Also von mir aus, ja. Ja gut, alles wunderbar. Und das war auch noch eine tolle Sache, die mir noch eingefallen ist. Ja, ja. Gott sei Dank. Ja, ja. Denn das ist so eine spektakuläre Angelegenheit, ne? Ja, verrückt, ne? Einziger Haus, glaube ich, in Europa, wo ein Meteorit direkt reingehauen kann. Ja. Mein lieber Mann. Ja, verrückt, ne? Ja, tot verrückt. Das Loch gibt's immer noch in der Diele, ja. In der Diele auch noch, oder? Ja, ja. Ja, er ist ja durchs Dach in die Diele geknallt, ne? Ja, ja, ja. Und das Loch besteht noch. Oben durch, ja, ja. Da hast du einen schönen Kreis rumgemacht. Nein, das ist zu. Ist zu. Aber ich weiß, wo es ist. Aber weißt du, da hast du bestimmt mit dem Kreuz markiert, ne? Ja, genau. Da musst du mal dran vorbeigehen, ne? Ja, ja, eben. Gut. Okay. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Selbstverständlich. Du musst ja jetzt zurück in deinen Laden. Ja, muss ich gleich wieder, ja, ja. Schön ordentlich arbeiten, ne? Ja, nützt ja nix. Und wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche garantiert. Ja. Ja. Ja, guck mal rein. Ja, ich guck mal rein. Ich hoffe, dass du da bist. Klub bleibt im Klub, ne? Ja, ja. Weil ich dann meistens Küche vorbereite. Ja, gut. Und dann werden wir um 18 Uhr kommen. Mit dem Beikoch oder so. Ja. Oder wie mir in der Zuständigkeit ist gerade, ja. Ja, ja. Immer die Vorbereitung treffen. Ja, natürlich. Ganz richtig. Also jetzt zur Galerie nochmal. Ach so. Jetzt fällt mir doch mal drüber rein. Wer stellt denn da aus? Immer? Oder ab und zu mal? Ja, zur Zeit. Wir haben früher teilweise acht Ausstellungen pro Jahr gemacht. Ja. Zur Zeit machen wir höchstens noch drei, vier Ausstellungen. Aha. So, weil es zeitlich auch gar nicht zu managen ist. Und auch von den Kosten her. Das ist ja auch immer ein Kostenfaktor. Ja. Und wir sind im Grunde genommen nie unterstützt worden. Nie. Nicht einmal. Ach so. Ganz Schleswig-Holstein-Kultur. Ja, so, ja. Schlefrig-Holstein-Kultur. Ja. Ja. Ja, leider ist ja teilweise so, ne? Ja, leider ist das so, ne? Na ja, okay, gut. Das ist auch okay. Aber was für Künstler haben wir da ausgestellt? Alle möglichen. Also hier sind auch viele Künstler entstanden. Wie Raphael Reinsberg. Ja. Da ist ja bekannt, sehr bekannt geworden. Ja. Ja. Leider lebt er nicht mehr. Ja. Jörg B., auch ein großer Künstler. Ja. Peter Nagel zum Beispiel, kennen viele. War auch schon hier. Hat seine erste Ausstellung da gehabt. War auch schon hier. Ja, ja. Peter Nagel hat seine erste Ausstellung im Club gehabt, da oben in der Galerie. Ja. Die ganze Reihe von Künstlern, ne? Die da entstanden sind, auch die ihre erste Ausstellung da gehabt haben und dann, weil es ja sonst auch in Kiel nichts gab an Ausstellung für Gegenwartskunst, ne? Das spielte ja alles eine Rolle und die meisten Künstler sind ja auch aus Kiel weggegangen. Ja, allerdings. Die gehen dann nach Berlin oder in Süddeutschland, Düsseldorf, Hamburg einige natürlich auch. Hamburg, ja, jeder Hamburg, ja. HBK, natürlich. Aber inzwischen haben wir ja, du brauchst ja dann eine Kunsthochschule sogar. Das hat auch geklappt, was auch viel wert ist. Ja. Ja, ja. Wie groß ist die Galerie? Die Galerie, das sind, warte mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Räume. Sechs Räume? Ja. Achso. Da geht eine Treppe hoch, noch eine Treppe und dann noch eine Treppe hoch. Aha. Oh Gott, dann bist du ja schon halb kaputt da oben. Drei Treppengalerie. Drei. Überall gibt's was zu sehen, ja. Also in jeder Treppenlage hängt Kunst. Achso. Und in dem Laden auch, der hängt auch voll mit Kunst. Achso. Aus den ganzen Jahrzehnten sind wir jetzt dabei, die ganzen Künstler zusammenzustellen, die bei uns ausgestellt haben. Schön, ja. Zum 50-jährigen Jubiläum gibt's dann ungefähr 100 Künstler, die da einzelne Bilder hin, wir können ja nicht alle hängen, es geht ja gar nicht alle. Nee, wir sind klar, ist klar. Zusätzlich haben wir Live-Konzerte dann, also viele Live-Gruppen, die im Club gespielt haben, die werden dann auch auftreten im September jetzt. Dieses Jahr ist das. Jaja, ist klar. Genau. Naja, dieses Jahr ist das und nächstes Jahr das Rennen. Ja. Gut, hast du eine ganze Menge noch vor dir, ne? Ja, kann man so sagen. Ja, aber ist auch schön. Ja, natürlich. Du bist auch noch jung und bist auch noch dynamisch. Ja, klar. Und dann klappt das alles schon. Absolut. Ja. Okay. Danke. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020